So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist jetzt die dritte oder vierte Aufnahme, die ich starte für Max Out Monday, weil ich versuche das gerade mit einem anderen Handy aufzunehmen, aber es gibt die ganze Zeit nur Probleme. Egal. Letzte Folge haben wir irgendwie einen 100% Kommandutan gemaxed. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig Ramses. Ein Kommandutan gemaxed, ich darf euch nicht. Ich muss schon hier sein, es geht sonst nicht. Ich hätte gerne gezeigt, wie ich auf das Video draufdrücke und wie dann dort steht, Kommandutan. Weil natürlich die Umweltwoche war. Diese Woche gab es gar kein Event, irgendwie, so wie mir das gerade in den Sinn kommt. Das heißt, ich habe gar nichts, was ich als Titel-Pokémon maxen könnte. Gleichzeitig heißt es aber auch, ich kann direkt sechs Vorschläge von euch nehmen und maxen. Und damit wollen wir jetzt direkt anfangen. Diese Anna ist dumm, hat geschrieben, nice Video, da ist leider kein Vorschlag dabei. Kiesto hat geschrieben, like, der hat das Video bestimmt gar nicht geguckt. Henry Herfurt, mein Vorschlag für die kommende Woche ist, maximal ein Chilabelle auf Level 50. So, dann gehen wir jetzt wieder hier rein, pass auf. Jetzt ist es wieder saulaut, ich verstehe es nicht. Ich habe doch hier diesen dreckigen Ton aus. Jetzt ist es wieder ruhig. Das ist jedes Mal, wenn ich jetzt von YouTube hier rüber switch, kriege ich einen kompletten Hörsturz. Ich verstehe es nicht. Das heißt, ich kann mit dem iPhone keine Max Out Monday Folgen aufnehmen. 4 Sterne und, lass mal gucken, wo man hier schreibt, Chilabelle, verschrieben, Chilabelle Entwicklungen, Pico Chilla, Chilabelle, Chilabelle, Hammer, würde gehen. Machen wir mal, maxen wir ein Chilabelle auf. Wow, guck mal, wie flüssig das läuft. Ich habe ja kaum einen Unterschied zu meinem normalen Telefon gerade, weil mich der Sound auch ablenkt und der Sound total kratzig und vergammelt klingt. Also egal, wir machen den Tag dran für Level 50, haben ein Chilabelle gemaxed. Momentan ist Chilabelle das Pokémon, was wohl den Titel dann bestimmen würde. Wir gehen wieder rüber und wieder Hörsturz. Ist das Hörsturz? Ist das kein Hörsturz? Ich weiß es nicht. Nocchan. Haben wir nicht letztens geguckt, dass wir bei Nocchan... Da hätte ich lieber mehr ausgeschrieben. K-N-O wenigstens. Vielleicht K-N-O mit C. Hä? Achso, das wird nur mit N geschrieben. N-O mit C. Und es ist wieder scheiß laut, obwohl der Ton an sich... Ich verstehe es nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Macht das für euch Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. So. Ich wollte aber trotzdem wenigstens das Max-Geräusch haben. Aber irgendwie ist das dumm. 2636. Wir maxen also einen Nocchan. Und der Ton klingt einfach nur total schrecklich. Level 50. Hashtag rangemacht. Also Tag rangemacht. Wir gucken mal. Sieben Stein. Bitte einen Cari-Pass oder Zaplerang. Ich glaube, wir haben... Wieder einmal leise stellen. Wieder einmal laut. Total umständlich. Cari-Pass. Habe ich keinen Hunderer, oder? Cari. Cari. Galabafloss. Ich habe nur das. Ich habe nur eins. Ich kann nichts maxen, weil ich keine XL-Bomboms habe. Zaplerang. Zap. Zaplerang. Haben wir nicht Zaplerang schon gemacht? Nein, haben wir nicht. Fehlen aber auch die XL-Bomboms. Geht also nicht. Kevin. Max mal ein Regigigas oder ein Evil-Tal. Einmal leise, einmal laut. Regigigas. Das sieht man immer. Wer ein bisschen aufpasst und wer nicht aufpasst. Regigigas ist auf jeden Fall gemaxed auf Level 50. Evil-Tal. Ist auch gemaxed auf Level 50. Kann man hier auch so zeigen. Henry Conle. Mango Spector wäre cool. Jetzt aufpassen, wie man den schreibt. Leise. Laut. So. Mangus. Mangus Spector. Haben wir hier einen dort. Der ist auf Level 50. Haben wir auch in einer der letzten Folgen gemacht. Geht also auch nicht. Nick T. Ein Hunderter Kinoso, bitte Maxen. Grüße von Nick der Geile. Hunderter Kinoso. Das dürfte ja theoretisch gehen. Jetzt haben wir natürlich die heftige Auswahl. Was wir Maxen. Die Sonnenblume. Das Nachtschattengewächs. Kikugi selber. Kikugi selber nicht. Die müssten ja beide aufs gleiche rauskommen, glaube ich. 2315. Und wenn man die nimmt. 2315. Passt. Wenn Ihnen die. Die sieht freundlicher aus. 2315 für Kinoso. Wieder den Tag dran. Fertig. Bitteschön. War das jetzt das Zweite? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Das war das Zweite genau. Wir haben Nocchan gehabt. Ne. Wir haben Chilabelle gehabt. Wir haben Nocchan gehabt. Und wir haben jetzt Kinoso gehabt. Das heißt, drei Stück haben wir noch. Kikugi auf 50. Oder Lampi. Oder Bisbark. Akani. Formio. Regenform. Puh. Kikugi. Theoretisch Entwicklung haben wir gerade gemacht. Lampi. Lampurn können wir gucken. Lampurn oder Bisbark. Haben wir zwei zur Auswahl. Lampurn. Zack. Können wir machen. Machen wir Lampurn. Sind wir fertig. Auf 2357. Machen wir auch den Tag dran. Also wenn jemand 20 Vorschläge macht, nehme ich nicht alle von dem, sondern trotzdem dann nur einen von demjenigen. Die restlichen Vorschläge kannst du ja gerne nochmal machen. Mag niemals. Meine Vorschläge. Ledy Jahn. Xatu. Moorlord. Ledy Jahn. Xatu. Moorlord. Bei Moorlord weiß ich schon, das dürfte 1er 50 sein, weil... Ich das als allererstes Pokémon damals für die Aufgabe für den Levelaufstieg Richtung 50 gemacht habe. Ledy Jahn dürfte ich noch nicht haben, weil das ist halt ein... Naja, man macht halt damit nix. Max mal das auch. 1522. Tag dran. Level 50. So. Und einer würde noch fehlen. Einer würde noch fehlen. Mach mal bitte Xerneas auf Level 50. Momo 07. Äh, 007. Leiser, laut. Sinnlos. Xerneas. Kann ich euch auch zeigen. Ist auf... X. 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 iPhone ist zu klein für mich. Ist auf Level 50. Bitteschön. Heißt sogar Wodka Hondas. Also haben wir auch. Bitte nicht mehr vorschlagen. CG. Rabigator. Habe ich keine XL. De Ponytox. Tentantel. Ähm. Ich glaube, De Ponytox habe ich bei der... Bei irgendeiner... Bei irgendeiner Folge, bei irgendeiner Umwelt... Woche auch. Ne, nicht Umweltwoche. Bei irgendeinem... Müll-Event. Mit viel Dreck drin. Wahrscheinlich war es doch die Umweltwoche. Aber nicht da, sondern davor schon. Guckt euch die Hand an. Ist sie nicht lustig. Hat eine Handpuppe. Jetzt habe ich das zweite Pokémon vergessen, was er gesagt hat. De Ponytox. Tentantel. Tentantatou. Tentantel. Ist ORA 50. Geht also nicht. So. Bleibt spannend. Weiterhin. Max mal bitte E-Weltan. Kannst du mich adden, mein Code? Haben wir ja gezeigt. Evil Tal ist auf 50 von YouTube-DJ. Alan Graa. Mann. Lucario. Habe ich kein 100er. Kann ich nicht maxen. Ginoa Saibel. Könntest du vielleicht ein Sackrom, Caputoro oder ein Kikugi maxen? Wäre cool. Kikugi. Wir haben ja schon die Entwicklung. Caputoro. Habe ich kein 100er. Sackrom. Können wir zeigen. Ich hoffe, das passt auch. Boah. Es ist so ungewöhnlich. Sackrom ist auf 50. Auf Level 100. Äh. Auf Level 50. Mit 100%. 4565. Das passt. Dann haben wir hier. Taubsee wäre cool. Pokémon Go King. Taubsee finde ich mittlerweile langweilig, weil Tau, wir haben hier, wir haben einen, wir haben einen Tau-Boss, ja, haben wir auf Level 50. Wir haben hier ein Taubsee, Shiny Taubsee 100% auf Level 50. Würde wahrscheinlich noch fehlen, ein Tauboga, dann wären alle glücklich. Machen wir mal. Ne, machen wir nicht. Machen wir ja erst. Wenn alle Vorschläge aufgebraucht werden und es nichts mehr gibt, dann wären Doppelte und Dreifache gemakst. So kann man sagen, habe ich schon gemacht. Sonst mache ich mir gerade was kaputt, ne. Es geht ja dann erst ans Doppelte und Dreifache. Wenn nichts anderes mehr da ist. So, Christina Bonn sagt, Toggetik auf Level 50, Formio, Feuer und Geronimatz. Toggetik? Wir haben Toggetikis auf Level 50, den ich immer in der GBL nehme. Formio, Feuer. Haben wir nicht letztens, wir haben hier einen Formio, ne. Wir haben kein Formio gemaxed. Das ist interessant. Also wir können ein Formio Feuer maxen. Das erste Formio, was gemaxed wird, als Feuer. So. Mit Level 50 dran. Bitteschön. Und Geronimatz können wir uns nochmal kurz anschauen. Geronimatz habe ich hier 200er sogar. Okay. Würde aber nicht reichen. Ich kann aber einen Geronimatz 100er jetzt mal entwickeln im Video. Dass ich sehe, dass ich die Familie voll habe. Natürlich nimmt man immer das mit dem höheren Level. Das mit den höchsten WP. Wenn es die gleichen IV hat. Auf dem höheren Level. Dann passt das. Waschkabel. So. Das war Christina Bonn sagt. War? Und jetzt sind wir ja fertig, theoretisch. Wir haben ja jetzt sechs Vorschläge gemacht. Wir gucken trotzdem mal, was die anderen so gemacht haben. Kai Perch, kannst du bitte Bautz oder seine Entwicklung maxen? Lennart, Bojelin, Farbigel, Dedenne, Aqualib, Bidifas, Girafarik, Maurice Vasi, Chilabel, Grilchita, Cleo Badar, Kukma da, Echner toll. Moin Moin, Hallo, Silvaro, Fernador, Hundemon, Philipp. Ach, Pogestops. Melinski, Warblue, Benjamin Engel, Kando Slymok, Hudi Andre, Nix, Madu, Alola Raichu, Konoidre, Mew, wäre cool, oder Kuddel, Thomas Borgenhagen, Octillery, Kölny, absoluter Ehrenmann, genau. Chil Boris, ich würde mir wünschen, dass du Rigi Ice Max und liebe deine Videos, haben wir ja jetzt auch hier gemacht. Kai Pötsch, kannst du bitte deinen Kangama Big Mama nennen, verstehst du, weil es groß ist und eine Mama? Was ist denn jetzt hier, Junge? Der Dirk-Onkel ruft an. Der muss jetzt warten, der stört jetzt die Aufnahme. Jetzt habt ihr gehört, wie es wieder geklatscht hat. Äh, Kangama, Kangama, wir sollen unser Kangama umbenennen. Kangama in Big Mama, ja? Dann wird's ja gar nicht mehr angezeigt bei Mega. Boah, ich kann nicht schreiben an Big Mama. Am besten dazwischen noch was frei. Hallo, ich will hier rüber. So, Big Mama, zufrieden? Zufrieden, genau. Da muss ich auch noch die Mega-Einwicklung durchführen irgendwann. Und dann kommt der Jochen, das war der letzte Kommentar. Kannst du den Mewtwo Elias nennen? Wäre cool. Elias? Mewtwo? Passt überhaupt nicht. Ich hab geschrieben, das würde, glaube ich, nicht passen. Zum Mewtwo passt wohl eher Jochen. Das ist das Letzte, was ich dann jetzt machen würde. Ich würde das Mewtwo einfach noch Jochen nennen. Einfach so als Spaß jetzt. Ah, jetzt gebe ich auch noch Jochen ein. Mann, hier Mewtwo. 783 Prozent. Jochen, fertig. Oder Jochen, 783 Prozent. Oder gar keine Prozent. Einfach nur Jochen. Jetzt heißt es aber auf jeden Fall so, wie es heißt gerade. Und ansonsten war es das, glaube ich, jetzt. Das waren sechs Vorschläge von euch aus der Community. Wenn euer Vorschlag jetzt nicht im Video gezeigt und behandelt wurde, seid nicht traurig. Schreibt ihn einfach nochmal unter dieses Video. Wenn ihr dran wart, macht neue Vorschläge. Und nächste Woche Montag ist die nächste Max-On-Manday-Folge. Dann gucken wir wieder, was die Community so vorschlägt. Was ich mal maxen könnte und sollte. Und wenn ich einen 100er habe und genügend XL, dann werde ich das auch versuchen, im Video zu maxen. Den Staub immer ein bisschen auszugeben. Und dass wir gemeinsam schauen, wie hoch kommt das. Und haben wir vielleicht irgendwann alle auf 100 Prozent Level 50. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Ciao.